Hallo? Wie sind alle? Du musst kurz in die Gruppe reinkommen damit oder alles hörst. Oh, ich hab's glaub ich. Alter, Trimax! Live! Moin! Ich bin schon da! Es sind immer noch viel zu wenige, da müssen viel mehr ran, Hugo, ne? Max ist nackt, Alter! Soll ich mich nackt machen? Ey, Max, das ist gefährlich so. Ich geh weg, Alter, ich guck noch. Ich glaub, Max unterschätzt das ein bisschen. Er denkt, Helm und Schuhe reichen. Ich bin gewappnet dagegen, ich hab Blast Protection. Ihr macht Writher? Ja. Ein oder zwei. 100 Stück. Haben wir Server Backup? Ja. Also, Romy sagt, wir haben eins gemacht. Aber wir nutzen es nicht. Nein, pass auf, das wird nur genutzt, wenn irgendwas dramatisch corrupted ist. Was ein Craft Detect passiert, bleibt ein Craft Detect. Das wird nicht rückgängig gemacht. Ich bin bereit. Ich hab Rüstung. Hat jemand nen Totem? Sebo. Ja, hier ist er. Ey, Trimax. Digga, wir sind die beiden mit dem Totem-Shop und sind die einzigen ohne Totem. Geil, ne? Max, du kannst das eben hier. Ich brauch mehr. Hast du noch ein paar mehr? Nee, Gott, Gott, Gott. Ich hab ihn so mit der Axt gekrittelt. Wir brauchen Totem? Ich hab ihn so mit der Axt gekrittelt. Das ist die mächtige Axt. Ich hab mir so ne Axt auf den Hinterkopf gezogen. Hey, sag da. Hey. Kein Problem. Okay. Ich weiß aber nicht. Warte, 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 warte. Digga! Wer nimmt denn die raus? Wer hat doch auch die auszunehmen? Echt? 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 Das wird doch niemals funktionieren. Ich iss. Ihr sund jetzt irgendwo weg, Grogo. Ja, danke. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es funktioniert? Ich dibse es direkt durch. Echt, ganz kurz noch mal. Uns fehlen Köpfe, ne? Das passt nicht zurück. Ich hab noch einen Köpfe in meiner唱ung. Spawn halt zwei Stück. Ich glaub auf die kommt es auch nicht drauf an, oder? Jetzt ist doch aber grob queat. Ne, das ist für den Videotitel schon wichtig, Digga. Also ganz ehrlich. Ja, beim Videotitel schreibt be2ado immer 100 hin, ist dem auch scheißegal. Warte kurz, wir haben 5 Reihen, wir haben 5 Reihen, das heißt wir brauchen 5 Leute die Köpfe haben, WZ, Hugo, Stegi, ich, wer noch? Wer hat noch? Sebo ist die Köpfe? Er hat alles weggeschmissen, ich hab's eingesammelt und wiedergegeben. Ja ok, das ist Quatsch. Lass doch von einem Einer für nur die Hälfte nochmal machen irgendwie. Lass einfach die letzte Reihen. Warum ist das so witzig, wenn jemand einfach Dirt in sein Inventar saugt? Wir fangen hier oben an, wir laufen nach unten durch und dann geht's los, ok? 5, 4, 3, 2, 1, oh mein Gott! Oh wir haben alle verkackt! Oh mein Gott! Ich zieh, die alle weg? Komm ihr schießt, geht's schon. Oh mein Gott! Ich will meine Sachen nicht verlieren. Wir werden überall Leute rausfliegen. Reiche auf, bitte! Hat jemand eine Elytra für mich? Ich weiß gar nicht genau, was so ein Witter ist. Hast du so viel zu verletzt? Ich bin da, Veto, um ehrlich zu sein. Soll ich auch mal hauen, soll ich auch mal hauen? Ihr müsst echt aufhallen, das sind viele, ne? Oh mein Gott, ich will einen! Noch einer Baum! Das ist nur so die ganze Zeit, aber das ist die Schwache! Diese konsolierte Mäu, ich weiß gar nicht. Ich hab einen, ich hab einen! Ihr hört auf, du wegzumach, Digga! Wehe, bringt ihn zu meinem Grundstück! Ey, auf mir häng ich! Ich bin gewundert! Warum ist denn der so schnell? Komm, hol sie dir mal! Komm, hol sie dir! Digga, ich kann nicht von ihnen weglaufen! Wie geht das? Ich bin gerade noch da! Alle! Nicht mehr so viel, alle! Hey, Digga, wieso ist das so schnell? Ey, helft mir mal bitte, ohne Witz! Hier ist so ein Delfinmensch! Oh mein Gott! Ne, oder eine Robbe! Ja, ja, hier ist jemand! Oh, hier sind vier mehr! Max, ich bin da, ich bin da, ich hab ihn! Hast du ihn? So 40 Stück! Zack! What the fuck! What the fuck! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Helft mir mal bitte! Oh, sehr gut! Er ist weg! Der ist schon wieder bei mir! Ja Max, du musst den mit Bogen abschießen, damit der runterkommt! Oh Gott, wo bin ich? Ey, wir kriegen die nicht down, ne? Bro, jetzt wird sich in der Cave bis auf 0-0 runter! Was ist das? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Haut ihn! Ihr müsst ihn hauen! Oh mein Gott! Haut ihn! Ihr müsst ihn hauen! Was? Ich geh mein Witz ins! Der ist einfach so um Lächeln, der Breed! Bro, wie kannst du zu Ding kommen, zu Gonnel? Wieso greift denn nur mich an, Mann? Oh mein Gott, er ist im 40! Gib's dem Flips ab, gib's! Ja! Let's go! Alter, so ne große Wither-Wolke hab ich noch nie gesehen! Boah! Ey, Weto, langsam müsste so ne Wither nicht funktionieren! Noch einer, Beth! Oh, fliegen hier viele! Alter! Machen mich lachen! Holy shit, ist das krank! Oh, was ist das für ne Knödel? Äh, Veni, ich kann dir Essen geben, wo bist du? Jo, Eiche! Wohl! Ja, wir sind vor der Smok! Ey, gib, 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 gib! Oh scheiße! Veni, hast du schon Essen? Feen greifen wir gerade an! Ich bin nicht in die Kiste! Keine Schwäche zeigen! Wir sind bei 8,4! Jawoll! Sind wir am Gewinn? Ja, wir sind am Gewinn! Max, Flight Start! Also, ich fände ehrlich gesagt ein Backup auch fair! Ich meine, du hast auch mitgemacht! Nein! Was hat das denn zu tun, ob ich mitmach oder nicht? Nein! Kein Backup! Kein Backup! Wir sind weit genug von unserer Base! Kein Backup! Kein Backup! Wie gestern sagte, halt doch mal die Fresse! Ja! Ja! So ist gut Spark! Sauber! Ja! 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 Jawoll! Alle weg! Nein! Nein! Guck mal in die Luft einfach! Also vier, glaube ich, sind schon weg, ne? Guck mal auf Wim! Was ist denn da im Lob? Ja, ihr seid alle weg oder? Ja, ihr seid alle weg oder? Ja, ihr seid alle weg oder? Alter, das ist ja, das ist ja wie ein Metiuriten! Wenn so ein Schweinstürf ist das Beste, was passiert, ne? Haben die Akku auf mir? Ich bin dabei ohne Scheiß, so schlimm sieht es gar nicht aus. Tut er das Schwein, tut er das Schwein, tut er das Schwein. Digga, was ist das denn? Stegi hat einfach die beste Zeit seines Lebens. Kommt einer noch. Oh nein, Phantome auch noch. Doch, das hat uns gerade noch gefehlt. Wieso bag ich denn so? Wieso bag ich denn so? Ist das Schwein gestorben? Ist das Schwein gestorben? Ist das Schwein gestorben? Ja. Aber krieg ich da nicht einen Stern? Dann ist ja dieses Gift weg. Neb dem Fleischschlag die Rose. Da war eine Rose. Überlebt ihr die mal, überlebt ihr die mal. Also das ist auch ein Bild, das man noch nie gesehen hat. Das ist die wilder Rose. Wo man gleich mit einem Wither-Rose und einem Wither-Stern verwechselt. Das kriegt noch mal eine Rose. Oh, da ist eins. Ich versuche mal runter zu fliegen. Vielleicht fliegen die bisschen runter da oben. Nein, die wollen nicht. Oh Gott. Also wirklich ganz blöde Frage, aber können wir die da oben nicht einfach hindu lassen? Wir machen unser Ding hier unten. Gibt es unten noch welche, die wir umlegen können? Es sind doch keine mehr unten, oder? Es sind doch keine mehr unten, oder? Es sind alle oben jetzt, oder? Ich weiß gar nicht, was ich machen soll, ehrlich gesagt. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll, ehrlich gesagt. Es ist keine mehr, oder? Ja. Sorry. Nein, nein. Hey. Was ist jetzt passiert? Einer hat Norman getötet. Ja, ja, wir killen die ganze Zeit den Typen. Der hätte jetzt nichts an, Max. Was passiert, wenn man Schäbel abbekommt? Gar nichts. In wessen Base sind wir gerade? Let's Hugo. Hey, der wollte Österreich bauen. Also ich muss sagen, ich find's mutig von dir, Trimax, dass du das Base nennst. Hä? Und, wie kommt's voran? Meinst du mich, G-Time? Wem bin ich denn sonst hier im Discord? Achso, weil wir sind gerade alle zusammen auf dem Wither-Event hier. Auf dem Wither-Event? Deswegen leckt der ganze Server so. Ja, die haben hier 90 Wither gespawnt. Der ganze Server ist hier. Die haben 90 Wither gespawnt. Genau. Und das ist... Wer hat das Spark abgesegnet? Spark ist dabei. Ja, dann werde ich mich bei Spark mal beschweren. Das Problem ist aber allerdings, dass die Schüsse unendlich weit fliegen in alle Richtungen. Verstehst du das? Ja. Und die machen jetzt alles da von den Leuten, wo die Basen in der Nähe sind, kaputt. Die klingen unbedingt dazu mit der Karte. Ja, ist doch geil. Max, die sind bestimmt auch beim Warden holen. Nee, beim Warden nicht. Der ist immun. Löst sich das jetzt hier auf, ne? Wir lassen die einfach hier. Ja, ist zu Ende. Tschööööööööööööööööööööööö fáwacht. Wir haben in Madrid-Event Hillen alles zerlegt. Wie Atommüll im Welth preparat einfach scheißer. Ja, hier ist doch gut! Boere fliegen die Schüsse immer noch. Böehe. Ich hab morgen Schule, kann ich gehen? Nein! Ich werde getroffen! Oh nein! Oh Mann! Sollen wir einen? Esho! 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 Das ist hoch, oder? Nein, Max ist noch da oben. Nicht fliegen! Nicht fliegen! Nicht fliegen! Nicht fliegen, Jungs! Nicht fliegen! Mein Gott! Digga, fest krank! Bist du so sprachlos? Ja! Das ist schrecklich! Alles kriegt was ab! Mad City hat alles für uns abgeblockt! Ich glaube bei uns ist nicht so viel eingeschlagen! Nein! Des ehemaligen Hauses? Oh, der ist vorbei im Flügel! Es sind so viele einfach! Ja, ich hab... Es ist keiner hier eingeschlagen, wie es aussieht, oder? Oh mein! Die Löcher war's mit dabei! Aber ich bin mir grad nicht sicher! Die Löcher war ich selber! Jaja! Bro, jetzt Christi, 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 Christi! Wenn du hast... Hier ist ein Loch eingeschlagen... Tatsache! Hier ist einer eingeschlagen! Ich bin die ganze Zeit da, ich hab die ganze Zeit nur alter Digga, was ist hier passiert, WTF? Das sind die einzigen Infos, die ich mitbekommen hab. War auf jeden Fall gut laggy und ganz schön viele, die sind immer noch da. Ich hab zwei Wither Rosen für uns, ist das gut? Ja, da wird sich Romatra bestimmt freuen. Gut, noch ein paar Totems auch noch. Geil.